Holger Müller? Hallo. Hallo, ist da? Ich heiß nicht Maximilian Bartels. Ich wollte zur Bundeswehr eigentlich. Ja, da würde ich am Kreizer Ersatzamt anrufen. Nee, ich habe aber die Telefonnummer gekriegt. Ich brauche den Ausbilder Schmidt. Den Ausbilder Schmidt? Ja, den spiele ich. Um was geht es denn? Nee, ich spreche nur mit dem Ausbilder Schmidt. Und du klingst nicht wie der Ausbilder Schmidt. Willst du ein Autogramm haben? Nein, ich will einen Ausbilder bei uns für den Kindergarten. Ich rufe ihn mal. Ja. Warte mal, wer ist dran? Jetzt. Mach mal eine ordentliche Meldung, du kleiner Pamperscheißer. Ich mache nicht mehr an die Pampers. Hallo, ich bin schon fünf. Oh, du bist schon fünf? Weshalb ich anrufe? Ich habe gehört, du kommst auch zu Leuten und machst Auftritte? Ja, selbstverständlich. Zum Beispiel für deinen Kindergeburtstag. Nee, ich wollte jetzt eigentlich für den Kindergarten, weil wir waren... Wir konnten ja jetzt eine ganze Weile nicht in den Kindergarten gehen und wir sind alle ganz schön mobblig geworden jetzt. Ja, mein Junge, da ist der Ausbilder genau der Richtige. Ich werde deine neue Erzieherin. Moment, bist du jetzt als Ausbilder schon divers? Was bin ich als Ausbilder? Divers. Der Opa hat gesagt, wenn sich ein Mann als Frau ausgibt, dann ist er divers. Mein Sohn, ich habe ja einen Sohn, der ist so alt wie du. Sag mal, Papa, was ist ein Transvestit? Sag, keine Ahnung. Sag, Mama, der weiß das, ja. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Aber du könntest einen Auftritt bei uns im Kindergarten machen. Habt ihr noch diese Kleidehäkchen mit den Tierbildern? Habt ihr die noch? Ja, ich habe den Affen. Genau. Die kommen alle weg. Da kommen Bilder von Panzern drauf. Leo 1, Leo 2, Tiger, Wiesel. Also auch wieder Tiere. Genau. Pass auf, da meldet sich jetzt gleich einer. Der macht dann die Buchung mit dir perfekt. Okay? Sehr gerne, ja. Soll ich dich melden. Der ist, und jetzt musst du mal ein bisschen aufpassen, der ist vom Radiosender hier. Ah, ja, ja. Nun, jetzt denk noch mal drüber nach, wer gerade anruft. Der kleine Nils. Ja, der kleine Nils. Ich melde das Gespräch jetzt ab. Ja, klar.